Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der XXL Farm. Im Landwirtschaftssimulator 19 seit der letzten Folge war ich natürlich wieder ein bisschen fleißig und habe hier eine ganze Menge auf der Farm vorbereitet, angepasst und die Pflanzen gepflegt, die Tiere gepflegt. Aber es sind noch ganz, ganz viele Arbeiten zu tun und deswegen werden wir uns heute ein bisschen um die Farm kümmern. Wir werden allerdings auch in einen neuen Düngerstreuer investieren und wir müssen dann hier noch mit der Spritze auch noch losfahren und so. Also wir haben wieder eine ganze Menge zu tun und wieso wir investieren werden und was sich so alles getan hat auf der Farm und wie es um das Maisprojekt bestellt ist, dazu heute in dieser Folge mehr. Deswegen würde ich sagen, kehren wir direkt ein und starten mit der Arbeit, denn wir müssen uns bei den Tieren um frisches Wasser kümmern. Die haben kaum noch was und deswegen würde ich sagen, nehmen wir hier direkt mal welches auf und in der Zeit, in der das hier auflädt, kann ich ja mal ein bisschen durchswitchen und euch dann nochmal ein paar Dinge zeigen. Denn ihr seht hier, unter anderem hier an der Halle hat sich natürlich einiges getan. Wir haben ja in der letzten Folge dieser Halle hier gebaut und da sind jetzt schon die ersten Fahrzeuge eingekehrt. Das heißt hier, der Case ist da drin, der Volvo, die ganzen Häcksler und ich habe auch nochmal ein paar Dinge angepasst. Ich habe hier mal einen Ast abgeschnitten, damit das nicht so in die Halle reinragt. Habe hier noch ein paar nette Bäumchen dazu gesetzt und habe auch noch ein paar andere Dinge angepasst. Hier habe ich Flutlicht da hingesetzt und so. Also es wird hier langsam auf der XXL Farm und ich werde vermutlich hier die nächste Halle hinbauen, denn ich habe festgestellt, das Ding ist jetzt voll und wir haben immer noch Chaos auf dem Hof und die ganzen Abfahrer sind gar nicht auf dem Hof. Das heißt, wir brauchen unglaublich viele Stellplätze und dafür müssen wir in den nächsten Folgen, wenn wir dann wieder mal Geld haben, irgendwann mal sorgen. Gut, aber jetzt sollte das gleich aufgefüllt sein und dann können wir nämlich schon ein bisschen weitermachen. Ja, das sieht doch gut aus. So, 100 Prozent. Das nehmen wir und dann fahren wir weiter zu den Schafen. Und mir sind einige Dinge aufgefallen, die nicht so gut sind, die nicht so erfreulich sind hier auf der XXL Farm, denn wir haben kein Stroh mehr. Ja, das musste ich jetzt kurz vor der Folge feststellen. Da habe ich nämlich nochmal schnell Stroh bei den Tieren vorbeigebracht und das waren die letzten 20.000 Liter, die wir hatten. Ich habe deshalb umgehend hier noch auf dem Feld 2, was wir noch haben, ich glaube Wasser ist da drüben, auf dem Feld 2, was wir noch haben, habe ich dann umgehend Weizen angesät. Weizen brauchen wir eigentlich im Moment nicht. Ich meine, Schaden kann es nicht, aber wir brauchen vor allen Dingen das Stroh dann dafür, für die Kühe hier und deswegen dachte ich mir, ist das vermutlich ganz sinnvoll. So, dann würde ich sagen, stoppen wir hier einmal und dann schauen wir mal, was wir noch so alles machen müssen. Kann schon eines vorwegnehmen, ist es einiges. Hier, zum Beispiel ist die Produktivität hier aktuell bei 0 Prozent. Das ist nicht gut, liegt aber daran, dass wir aktuell keine Nahrung für die Hühner haben. Das muss ich jetzt gleich noch nachschütten. Und gut, Wasser wird jetzt hier aktuell wieder aufgefüllt. Mit dem Strom müssen sie noch ein bisschen auskommen. Sauberkeit kann ich auch noch erhöhen und hier sieht es noch einigermaßen gut aus. Gut, dann würde ich doch vorschlagen, ähm, switchen wir mal schnell in den, ah, ich kann ja hier, so, genau, switchen wir mal schnell hier in den Fendt und dann schauen wir mal. So, ähm, jetzt überlege ich, ob ich den, wo ich den jetzt noch abstellen kann, weil wir werden sehen, in der anderen Halle, ich habe ja zwei von diesen Leibenbinderhallen, die andere ist ein bisschen kleiner, aber da ist eigentlich auch kein Platz mehr, weil ich da jetzt so ein bisschen die Geräte untergestellt habe. Ich dachte mir, eine, äh, hatte ich ja glaube ich in der letzten Folge auch schon so gesagt, ich dachte mir, eine, ähm, Halle ist vielleicht ganz gut für die Geräte und Anhänger und so und eine für die Selbstfahrer. Das war so meine Idee, aber ihr seht, viel Platz ist hier nicht mehr. Ich, äh, tausche jetzt mal kurz das Fahrzeug, indem ich den Strautmann hier rein buxiere. Ist ein Strautmann, oder? Ne, ein Schüttemerkenmarker. Okay. Ihr habt mir ja auch, ähm, in die Kommentare geschrieben, dass ich den Holmer einsetzen soll. Muss ich gerade dann denken, deswegen wollte ich das mal... Ach ja, und ihr habt mir noch eine ganz andere Sache in die Kommentare geschrieben unter der letzten Folge. Es gab Entrüstung. Durchs ganze Land ist Entrüstung gegangen. Ähm, was es damit auf sich hat, äh, sage ich gleich noch. Aber jetzt erstmal noch, ähm, zum Holmer. Ich habe mir nämlich ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir den einsetzen können und dachte mir, wir könnten den, sobald wir den dann gekauft haben, mittlerweile ist er ja erschienen, der neue Holmer, ähm, könnten wir den einfach zum Mistverkauf einsetzen. Das heißt, ich, äh, richte dann einen Kursplaykurs ein und dann kann der hier immer Mist verkaufen, vollautomatisch. Das ist vielleicht nicht schlecht und, ähm, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Verwendung und wenn wir den mal für was anderes brauchen, dann können wir den dann auch, äh, für was anderes nutzen. Gut, aber das ist mir gerade noch eingefallen und dann zu einer Entrüstungswelle, die durch die Kommentare ging, denn ich habe in der letzten Folge etwas gemacht, was, äh, viele von euch unnötig umständlich fanden und zwar habe ich in der letzten Folge mit dem Radlader, wenn ich mich recht erinnere, habe ich, äh, doch tatsächlich mich erdreistet, dieses Hexegut da aufzuladen und in den, ähm, Ladewagen zu kippen und da haben viele von euch gefragt, Ansgar, du hast doch einen Ladewagen, wieso nimmst du es nicht damit direkt auf? Ähm, das habe ich kurz vor der Folge ausprobiert und es ging aus irgendwelchen Gründen nicht. Manchmal kann der hier das nicht aufnehmen, äh, was auf dem Boden liegt. Keine Ahnung, wo, äh, keine Ahnung, woran das liegt, ich weiß es nicht, aber, ähm, das war auf jeden Fall da der Fall und war ein bisschen ärgerlich und deswegen musste ich das halt mit dem Radlader machen. Aber das wollte ich noch mal kurz hinterher schicken, weil viele von euch das nicht so ganz verstanden haben und, ähm, da wirklich fast außer sich waren. Ja, okay, gut. Ich glaube, von den meisten von euch war es nett gemeint und zwar, aber manche sind da ein bisschen aus der Haut gefahren, so gefühlt. So, ähm, ich glaube, ich fahre mal hier lang und dann versuche ich den mal hier rein zu bekommen. Nachdem ich hier noch mal ein paar Wendemanöver hingelegt habe, funktioniert es jetzt. Jetzt können wir abladen und jetzt können wir die Hühner hier wieder füttern und das ist auch eine ganze Menge, die die hier offensichtlich brauchen. Oh ja, da geht einiges weg. Hoi, hoi, hoi. Okay, das, oh, okay, das ist jetzt wirklich einiges gewesen. Das muss man schon sagen. Ähm, naja, gut, aber sei ihnen gegönnt. Die sollen ja auch wieder fleißig, äh, Eier hier herstellen, ähm, die wir dann verkaufen können und jetzt muss ich mich mal hier wieder rausbewegen, was auch gar nicht so einfach ist. Ihr seht es. Ja. So. Nee. Okay. Die, ähm, Mülltonat-Kollision. Bisschen unterschiedlich hier von den Objekten. So, jetzt aber. Alles klar. So, und jetzt kommen wir auch raus und das, ähm, ja, war jetzt nicht das beste Fahrmanöver. Das gebe ich gerne zu. Aber ich, äh, versuche das hier mal ein bisschen besser hinzubekommen, indem ich hier nämlich direkt so einfahre und dann dürfte das auch besser klappen. So. Gut. Was müssen wir noch machen auf unserer XXL-Farm? Wir müssen gleich noch ein bisschen spritzen. Das ist noch wichtig. Und wir müssen, ähm, da gucken wir uns gleich mal an. Wir müssen nämlich noch ein bisschen düngen und kalken, glaube ich, nicht mehr. Aber, äh, düngen muss auf jeden Fall noch, ähm, der Dung muss noch auf einigen Feldern ausgebracht werden. So. Gut, gut. Damit sind die auch bedient. Dann sind unsere Hühner wieder tiptop 1A gepflegt. Jetzt können wir einmal noch mal schnell hier mit dem Futtermischwagen unseren, ähm, Abfall hier aufnehmen, den wir dann später den Kühen wieder zuführen. So, dann sind die nämlich auch wieder tiptop 1A produktiv. So. Okay. Und dann würde ich doch vorschlagen, gehen wir jetzt mal schnell hier in die Spritze, tanken wir schnell auf mit, ähm, Pflanzenschutzmittel und dann fahren wir zum Feld 16, glaube ich, und werden dort den, äh, Cosplay-Helfer einstellen, damit er das Feld ordentlich spritzen kann. Das ist ganz, äh, dringend nötig, denn wir wollen natürlich eine wunderbare Karottenernte haben. Und damit das, äh, funktioniert, müssen wir dafür sorgen, dass die Karotten dann nicht irgendwie befallen werden, von irgendwelchen Schädlingen. und deshalb, hier ist noch ein Pflanzenschutzmitteltank, ähm, und deswegen müssen wir natürlich, äh, das Unkraut entfernen und, äh, das machen wir hier mit dieser New Holland-Spritze, beziehungsweise lassen das machen, denn wir werden dann gleich noch eine andere Sache machen, wir werden dann gleich Kunstdünger ausbringen und, ähm, auch das wird wieder Protestwellen hervorrufen, glaube ich. Ähm, ich werde euch allerdings noch erklären, was es damit auf sich hat. Gut, aber jetzt, äh, fahren wir erstmal zurück zum Feld 16 und werden dort eben den New Holland hier, ähm, als Spritze drauflassen. Ich werde dann auch in den nächsten Folgen versuchen, dann, äh, das Maisprojekt weiterzumachen. Das Ding ist, das kann ich euch kurz zeigen, im Moment ist das noch immer im Wachstum, das heißt, ich habe jetzt schon relativ weit vorgespult, aber ihr seht, das ist immer noch im Wachstum und, ähm, ja, ich glaube, ja genau, höchste Düngestufe, da, da habe ich mich schon drum gekümmert. Das ist also alles super, das ist alles schick, aber, ähm, es braucht halt jetzt noch ein bisschen Zeit, bis das fertig ist und sobald es fertig ist, werden wir natürlich das zweite Silo, ähm, beladen und dann, würde ich sagen, gehen wir aufs Volle. Dann werden wir den maximalen Ertrag rausholen, indem wir nämlich, ähm, jetzt noch nicht das Silo öffnen, sondern wir werden dann die Silos, äh, gleichzeitig öffnen und dann, in diesem Zuge, wenn die Silos dann einmal geöffnet sind, auch unsere Gülle, die im Moment noch, ähm, bei uns auf dem Hof ist, äh, dort verkaufen werden und den Mist verkaufen werden und das führt wiederum dazu, dass die Einnahmen der BGA dann nochmal gesteigert werden und dann hoffe ich, dass wir einen kleinen Rekord erzielen werden an der BGA, äh, was, äh, was die Einnahmen angeht. Also ich hoffe, weit über eine halbe, über eine halbe Million, ich glaube, das war bis jetzt so mein, mein Rekord, aber jetzt müssen wir mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Ich bin da gespannt, würd's mir aber wünschen und jetzt klappen wir einmal schnell auf und dann geht das gleich los. Dann kann ich auch schon hier die, äh, den Kurs generieren. Okay, und damit geht's los hier. Der Kurs ist generiert und, ähm, das Fahrzeug ist hier gestartet und jetzt geht's ganz gemütlich mit, ähm, 10 km high übers Feld und ihr seht auch, aha, das sieht mir doch ganz nach Karotten aus hier, was hier wächst. Super. Jetzt gibt's ein bisschen das Problem, dass wir das, glaube ich, nicht in unser Silo einfüllen können, weil das nicht dafür, ähm, gemacht ist. Ich könnte das ändern, indem ich nochmal den Eintrag ändere oder beziehungsweise den Eintrag hinzufüge bei der Silo, äh, Mod-Datei. Äh, vielleicht verkaufe ich das aber auch direkt, das muss ich mir nochmal überlegen. Ähm, ich weiß noch nicht, was sinnvoller ist, denn eigentlich macht es nicht so viel Sinn, das zu lagern. Aber das, äh, überlegen wir uns dann nochmal. Jetzt geht's nochmal zurück zum Hof und ich kann ja mal diesen Anhänger hier stehen lassen, dann können wir nämlich relativ bald nochmal ein bisschen nachschütten. Ich nehme nämlich an, dass das relativ flott geht, dass das, äh, Futter wieder aufgebraucht ist und dann können wir den Rest da auch noch reinschütten. Ähm, wir brauchen jetzt den Fendt einmal kurz für eine andere Sache und zwar möchte ich einmal hier vorne den Düngerstreuer mitnehmen. So, ich habe auch schon ein paar andere Dinge verkauft, ich habe ein paar Dinge, äh, gekauft und so. Ähm, das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert. Die, äh, fleißigen Zuschauer unter euch werden das jetzt schon bemerkt haben, was fehlt und was, äh, eben, äh, noch da ist oder jetzt neu dazugekommen ist. Das werden wir auch alles in der nächsten Folge nochmal, ähm, sicherlich im Detail sehen. Aber das, was ich verkauft habe, waren Dinge, die ich jetzt, äh, meiner Meinung im Moment nicht so sehr brauchte und, ähm, da unser Kontostand jetzt nicht so pralle ist aktuell, vor der großen, ähm, Maisverkaufsparty oder Silageverkaufsparty, äh, dachte ich mir, nutze ich das doch mal, um ein bisschen auszumissen. Denn, unsere Fahrzeuge, die wir jetzt im Moment nicht brauchen und Anhänger und Geräte und so, die brauchen natürlich auch Geld zum Unterhalt und wenn wir die gar nicht nutzen, dann ist es verschenktes Geld und, äh, dazu werden sie noch günstiger beziehungsweise weniger wert. Das bringt also alles nichts. So, wobei ich glaube, äh, der, der Wert bemisst sich nur nach den Arbeitsstunden, ne, ähm, die, äh, mit einem Gerät, ähm, vollführt wurden. Okay, einmal abkoppeln und dann verkaufen wir den Bums einmal für 41.000. Das sieht doch super aus. Und dann können wir jetzt sagen, wir wollen einen neuen Düngerstreuer kaufen und zwar nicht irgendeinen, sondern wir wollen einen Case Titan. Ich nehme mal an, dass er Titan ausgesprochen wird. Den, ähm, kaufen wir uns hier für 256.000. Das ist natürlich eine ganze Stange Geld und, ähm, dann können wir einmal schnell hier noch, ähm, ein paar Big Bags kaufen. Und zwar von Mineraldünger, genau. So. Und das, ähm, Volumen ist relativ groß, deswegen werde ich jetzt einfach mal so viel kaufen, wie ich mir im Moment kaufen kann. So, und da sehen wir das Teil. Ich finde, das passt, äh, hervorragend auf die XXL-Farm, denn das ist auch wirklich XXL. Das ist ein XXL-Düngerstreuer, den ich jetzt hier so aus unserer Region nicht so kenne. Jetzt werden viele von euch sagen, Ansgar, was machst du da wieder? Wieso investierst du das Geld in den Titan? Und, ähm, ich hab mich das auch erst gefragt, ob das sinnvoll ist. Bin allerdings dann zum Schluss gekommen, ja, das ist sinnvoll, denn ich wollte, ähm, ich glaube, die Arbeitsbreite ist ein bisschen weiter als von dem Düngerstreuer, den wir bis jetzt hatten, aber, ich meine, den hätte ich auch noch aufrüsten können, insofern ist das vielleicht nicht unbedingt ein Argument. Was allerdings wichtig und richtig ist, ist hier, ähm, die Kapazität, das Ladevolumen. Und, was auch noch dazu gehört ist, viele von euch werden sagen, Ansgar, du hast doch eine Güllespritze und du hast Gärreste, nutzt die doch einfach zum Düngen und damit habt ihr auch recht, aber, ähm, das Problem ist, ich hab das jetzt festgestellt, ich glaube, man sieht es auch noch so ein bisschen, ich meine, jetzt ist wieder ein bisschen was nachgerückt, aber, wir schauen uns das mal schnell an, hier, Gärreste, haben wir im Moment 179.000 Liter. So, das war schon mal ein bisschen weniger und das Problem ist, ähm, da waren vorher knapp 800.000 Liter drin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ein einziges Feld, das Feld 12 nämlich, das hat so viel, ähm, verbraucht, dass ich mir dachte, das ist, äh, unsinnvoll, ich kaufe mal noch ein bisschen, das ist, äh, unsinnvoll, beziehungsweise, wir brauchen noch eine Alternative zu der Gülle, denn wir können mit den, mit den Gärresten nicht alles, okay, jetzt haben wir nicht mehr genug Geld, ähm, wir können mit den Gärresten gar nicht alles, ähm, düngen, ja, das, das funktioniert gar nicht, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Alternative und da dachte ich mir, nehme ich mal den Case, denn es ist manchmal ein bisschen nervig, wenn man dann von dem Feld immer wieder zurückfahren muss zum Händler, um nachzutanken oder dann eben zum Hof, da haben wir glaube ich auch noch, ähm, eine Stelle, wo wir auftanken können, das Problem ist jetzt halt nur, ich habe das nicht mehr hier voll tanken können, ne, also ich kann den ganzen, ähm, Tank hier gar nicht nutzen, weil ich nicht genügend Geld habe, um, so, 50% immerhin, um, das aufzufüllen und das Praktische ist an diesem Case, der kann auch mit Kalk befüllt werden und ich meine, es gibt dann noch eine, äh, Sache, die ich aber nicht ganz zuordnen konnte, ich weiß nicht, was das dritte Symbol ist, aber wir können auf jeden Fall Dünger, wir können Kalk und, ähm, noch eine dritte Sache ausbringen, das ist also multifunktional einsetzbar, ähnlich wie der Düngerstreuer, den wir vorher hatten und, man muss ja ehrlich sagen, der Düngerstreuer, den wir vorher hatten, war jetzt auch nicht wirklich günstig, ne, also, das muss man ein bisschen, naja, dazu beachten, gut, und jetzt würde ich sagen, probieren wir den natürlich auch direkt mal aus, wenn es neu ist, dann, äh, möchte ich den natürlich auch mal ausprobiert wissen und das machen wir hier vorne auf dem Feld 2, da wo Weizen angesät wurde, da spießt auch schon fröhlich das Unkraut, wie ich gerade gesehen habe, das ist natürlich nicht so gut, aber, darum müssen wir uns dann später mal kümmern, ähm, so, dann biegen wir mal ab und, dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze und dann sehen wir schon, da fahren jetzt so Drüsen aus oder also so, so, Flügel, ja, aber darin versteckt sind dann so Drüsen, die das Ganze hier so, äh, Düsen, die das Ganze hier so ein bisschen verteilen, nicht Drüsen, Düsen, so, okay, und dann würde ich sagen, Attacke, los geht das, ab geht da der Peter, super, und wir sind auch relativ schnell unterwegs, ne, also 30 kmh können wir damit fahren, nicht schlecht, ich finde das passt hervorragend auf die XXL Farm, ähm, gerade hier bei den großen Feldern und, ähm, wie gesagt, sowohl die Arbeitsbreite als auch das Volumen hat mich sehr gefreut, gut, und jetzt gucken wir mal kurz zum, zur Überprüfung, wie sieht das aus hier auf dem Feld, wird das alles anerkannt, wir brauchen hier auf dem Feld 21 mal Kalk, aber, das ist ja gar nicht das, wo ist denn hier, hier ist das Feld 2, das muss gepflügt werden, und es gibt Unkraut, okay, aber, ihr seht, es wird hier korrekt gedüngt, das heißt, ähm, um Unkraut und das Flügen werde ich mich dann mal in einer anderen Folge, äh, kümmern, zum Flügen ist es jetzt sowieso schon zu spät, wir haben auch gar keinen Flug, das muss ich mal zunächst eine Ernte machen, aber, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich das hier aktiviert habe, ob das einfach noch so eine Altlast ist, das könnte auch sein, aber die Hauptsache ist, dass hier, ähm, richtig gedüngt wird, und das kann, ich jetzt noch ein bisschen weitermachen, hier mit unserem neuen Case IH Titan, der funktioniert wirklich wunderbar, ihr seht's ja, und, ähm, ist vielseitig einsetzbar, ich finde, das ist eine gute Investition, auch wenn, uns das natürlich wieder eine ganze Stange Geld gekostet hat, aber, diejenigen von euch, ähm, die dem Moment herbeisehen, wo mal wieder richtig viel Cash auf dem Konto ist, die werden vermutlich sich gar nicht mehr so lange gedulden müssen, denn schon in der übernächsten Folge soll der große Silageverkauf beginnen. Mal gucken, ob's klappt oder nicht, das, äh, müssen wir, da müssen wir uns dann alle mal ganz gespannt, ähm, äh, da müssen wir alle ganz gespannt drauf warten, aber, das ist unsere neueste Investition, das ist die XXL Farm, das war wieder eine ganze Menge zu tun auf unserer XXL Farm, und wie es weitergeht, das seht ihr natürlich in der nächsten Folge, wenn's euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, und schaut auch gerne in den nächsten Folgen wieder rein, und wenn ihr noch Wünsche habt, oder Ideen habt, was ich hier auf der XXL Farm machen sollte, ähm, wenn ihr Pläne habt, interessante, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, ich hab nämlich im Moment so ein bisschen das Problem, es ist wieder ein bisschen Modflaute, und was, worauf ich persönlich noch warte, ist, auf die richtig coolen Produktionen, dass man auch mal Bier herstellen kann, dass man Brot herstellen kann, und so weiter und so fort, das wäre nämlich nochmal was ganz Neues hier für die XXL Farm, und das würde uns auch ordentlich ins Schwitzen bringen, das ist aber im Moment ja alles noch nicht verfügbar, es gibt jetzt so rudimentäre Produktion, glaube ich, mit dem neuesten, ähm, Kartenupdate, aber, wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr da Wissen habt, wenn ihr auch vielleicht einige coole Mods kennt, äh, die man hier noch ausprobieren könnte, dann lasst mich das auch gerne in den Kommentaren wissen, vielen Dank fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal, Tschüss!